Ja, hi zusammen, ich bin hier auf dem dritten Regensburger Cyber Security Kongress und habe mir den Professor Doktor Dennis Kenji Kippler, ist richtig? Ja, Kippker, ja gar nicht so einfach, direkt geschnappt mal für ein kurzes Interview. Dennis, du hattest hier einen tollen Vortrag gerade dazu gehalten, warum denn der AI-Act wahrscheinlich nichts bringen wird und was man stattdessen tun sollte. Wo siehst du denn da ein Risiko? Also wir haben ja heute das Thema AI und Cyber Security besprochen und die AI-Regulierung dreht sich eigentlich gar nicht um Cybersicherheit. Das heißt, man kann da nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie durch den AI-Act große Vorteile der Cyberabwehr bekommen wird. Das heißt, die Akteure, die wir haben, die sitzen meist im Ausland und die finden alternative Wege, um eben auch Schutzmaßnahmen, die eben durch Hersteller im Rahmen des AI-Acts vorgegeben werden, zu umgehen. Und darum hat sich letzten Endes auch mein Vortrag gedreht. Und wir haben ja gesehen, repressive Maßnahmen sind die eine Seite der Medaille, aber weil eben Gesetze und Behörden nicht zu 100 Prozent vor den Cyberbedrohungen schützen können, ist es eben wichtig, dass ich in die Prävention gehe. Was würdest du denn präventiv unseren Zuschauern und Zuhörern so empfehlen? So vielleicht so aus der Hüfte rausgeschossen, so zwei, drei Empfehlungen? Also die Risiken, die durch AI im Hinblick auf Cyber Security entstehen, das sind letzten Endes nichts weiteres als neue Angriffswege. Das heißt, auch beispielsweise eine NIST-2-Richtlinie greift jetzt Cyberbedrohungen explizit durch AI nicht als spezielles Anwendungsszenario auf, sondern sagt eben, das ist eine Bedrohung für die Verfügbarkeit, beispielsweise Integrität meiner IT-Systeme, denen ich eben entgegenwirken muss. Und damit ist die Abwehr von AI-gestützten Cyberangriffen nichts anderes als etwas, was wir ohnehin schon aus dem Bereich Cybersicherheitsrisikomanagement kennen. Und da kann ich natürlich auch mittlerweile AI-gestützte Tools einsetzen, um eben solche Cyberbedrohungen abzuwehren. Geht ja schon fast so ein geistig so ein bisschen in Richtung Hackback auch, könnte man jetzt annehmen, weil wenn die KI benutzen, um uns anzugreifen, dann benutzen wir halt KI, um zurück anzugreifen. Wie stehst du zum Thema Hackback im Allgemeinen? Ja, also Hackback ist natürlich noch mal ein etwas anders gelagertes Thema, weil es natürlich staatliche Akteure betrifft. Und da haben wir auch lange gesehen, dass Hackback eben nichts bringt, um nachhaltig die Cybersicherheit zu verbessern. Wir sehen das ja auch aktuell im Bereich Cyberoperationen, die durchgeführt werden, jetzt nicht unbedingt von der Bundesrepublik Deutschland, aber von weiteren Akteuren, dass eben auch gewisse Kollateralschäden eintreten können. Das heißt, ein Hackback ist definitiv keine Maßnahme, um Cybersicherheit an der Stelle zu verbessern, was natürlich die Unternehmen dort machen. Und wenn man jetzt sagt, AI wird eingesetzt, um eben Cyberangriffe abzuwehren, dann geht es in erster Linie um Prävention. Das heißt, dass man zum Beispiel Anomalien in Netzwerken erkennt und dann automatisiert auch darauf reagieren kann, auch wenn man beispielsweise nur geringfügige personelle Ressourcen hat. Und natürlich kommt es bei Cybersecurity-Abwehr auch in ganz gewisser Hinsicht auf die Geschwindigkeit an. Und da kann natürlich AI dabei helfen, auch diese Abwehrgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, habt ihr vielleicht bei uns auch auf unserem YouTube-Kanal gesehen. Da hatten wir ja letztens auch einen schönen Beitrag zusammen mit einem unserer Rechtsberater eben zum Thema Wie hilft denn KI weiter? Da könnt ihr gerne mal auch natürlich dann auf unserem Kanal vorbeischauen. Eine letzte Frage hätte ich noch allerdings. Wir haben ja jetzt das Thema Netzwerkinformationssicherheitsgesetz 2.0. Ab Oktober spätestens sollten das auch Unternehmen auf dem Radar haben, die in den Sektor reinfallen. Hilft das denn jetzt gerade auch im Hinblick auf die Entwicklung im Bereich KI und Cybercrime weiter oder ist es wieder ein weiterer Papiertiger, den die Bundesrepublik und Europa sich da gebastelt hat? Ja, so ein Papiertiger ist es jetzt nicht. Es besteht der Bedarf. Wir haben ja gesehen, den Cyberangriffe betreffen nicht nur kritische Infrastrukturen oder irgendwie DAX-Konzerne, sondern der Mittelstand ist definitiv auch betroffen. Genauso wie bei staatlichen Einrichtungen. Wobei das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Aber die NIST-2-Richtlinie ist definitiv notwendig, um die Cybersicherheit flächendeckend zu verbessern. Natürlich kann sie nicht eins zu eins als Blueprint verwendet werden. Das ist eine Technologieregulierung und Risikoanalyse, Risikomanagement ist hoch individuell. Aber NIST-2-Regulierung gibt da eben einen ersten Anhaltspunkt für die Unternehmen, wo sie tätig werden können und wer vor allem tätig werden muss. Okay, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Kongress heute. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Und ihr nicht vergessen, unten liken, abonnieren und natürlich gerne auch einen Kommentar da lassen. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.